Ich hab jetzt mal Endpass Remnant 2 ingegeben und dann steht er als 2. Stelle. So, müssen wir ja trotzdem erstmal rein, ne? Und dann? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt zurückgehen können. Da ist eine Mauer davor. Genau, meiner Meinung nach. Er steht außerhalb. Ja, ja, ich glaub dir das auch. Ich geh mal gar nicht so weit weg, dass ich wieder zurück rennen kann. Mal guck, das ist offen hier. Da geht hier kein Vorhang zu. Doch. Na doch nicht. Gleich zu. Ich meine, dass er auch gleich zugeht, wenn der kommt, der Vogel. Hälte. Da ist so ein Ring hier. Du kommst da gar nicht durch. Aber er steht außerhalb. Ja, vielleicht hat es da gepackt bei ihm oder sowas. Deswegen hat er Glück gehabt. Oder einer muss... Ja, der Worte bestimmt, wenn du nachlädst. Ja, das ist auch ein Ring hier. Ja, genau. Und im Herz, ey. Komisch, dass du schlägst. Warum hat der jetzt außerhalb gestanden? Wie gesagt, ich würde denken, dass er was war ein Bug. Der Stamm vielleicht günstig oder whatever. Na klar. Na logisch. Triffst du mich so. Ja, klar. Ja, hau nochmal drauf. Ich weiß, was du schlägst. Ne, entschuldige. Boah. Ja, komm, überspringen. Brauch keiner sehen. Den Dreck. Okay. Okay. Du wolltest die Paffe nehmen und die doch mit dem Hackbeil rummachen. Jetzt. Ich könnte wieder kein Herz stellen, oder? Und lieg schon wieder. Ich liege jetzt oben. Wer hat denn den Scheiß bitte programmiert? Achso, ey. Dreckählener. Wolltest du, Peter? Ich bin am Arsch. Ganz rechts, vergiss es. Komm ja auch nicht zu mir. Doch. Ich schaffe es gar nicht, zu dir zu kommen. Lauf doch einfach mal, du hässlicher Drecksbogel. Ich bin am Arsch. Ist denn ne Möglichkeit? Ich brauche nicht zu. Ja, du warst du brauchst, bist du mein... Nimm nochmal dein drecksches Herz. Kerle! Ist doch nicht wo ich! Ja, ja! Ich muss doch mal... Komm, halten wollen wir schon! Boah! Oh Gott, bin down! Danke dafür! Danke dir! Sehr gern! Das ist so ein Verarsche ist das! Drecks geben! Jetzt das Herz! Ja, ich hab noch drei! Vier hab ich sogar noch! Ja, kannst du wieder geben! Ich hoffe! Oh, jetzt lieg ich scheiße! Komm, Hundi! Oh, oh! Oh, oh! Ich hab nur noch minimal was! Und weg bin ich! Kein Herzchen! Natürlich! Jetzt komm ich nicht zu dir! Jetzt komm ich nicht zu dir! Nicht klar! Wo ist noch? Haki! Ich seh dich nicht! Ah da! Aber jetzt geht doch hin! Danke dir! Wer liegt jetzt? Dich! Lars! Scheißegal! Mach weiter! Ey, das gibt's doch nicht, ey! Mein Gott! Kommt zum Nachladen, ey! Oh mein Gott! Tolles Hauptschlusssätze hat's gehabt! Und jetzt lieg ich! Wo liegst du? Da! Also, dass es das Herz jetzt schneller geben kann, das macht sich schon bemerkbar! Muss ich sagen! Mein Gott, ey! Dann Ladonhaft! Jetzt ist's ja hier ein bisschen gut, oder? Da brauchst du nicht viel! Nee! Das ist ein Besen, wenn wir den nicht schaffen! Ich bin da und ich hab damit nicht mehr! Ich hab da nichts mehr! Oh, ich lebe wieder! Ich lenk ihn ab, ich tu ihn zu mir. Ich trau ihn auf den Boden. Komm, er hat immer viel. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, Hudi. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Den Drecksack. Was gibt's denn, ich stream's denn. Das kriegt der Eilen. Letzte Spielhandlung, speichern. Neu aufzeichnen, starten. Nein, letzte Spielhandlung, steichern. Alter. Das ist der. Was machen wir hier, wenn das keinen verdammten Weg rausgeht? Nur zwei Ausgänge bleiben. Die Feuernis konsumiert uns alle. Oder. Hüter. Fick dich doch hier. Wegspiel. Was ist passiert? Warum, warum bleibt sie nicht tot? Kann ich nicht bis eine Stunde speichern? Und ein Passwort. Einwanderung ist keine Option mehr. Der einzige Ausgang, der bleibt, ist... Vernichtung. Zur Eliminierung muss das System wiederhergestellt werden. Okay. Was zur Hölle soll das bedeuten? Es bedeutet, dass alles... ausgelöscht wird. Ein Neustadt. Ein Neustadt. Ein Neustadt. Ein Neustadt. Ich dachte, genau das wollten wir verhindern. Ich dachte, genau das wollten wir verhindern. Wir haben zuerst was wir probieren. Ja. Scheiße. Wir haben eine Wahl. Wie gesagt wird alles zerstören. Neustadt. Ja. Für immer. Für alle. Zeit. Das ist... Unerwartet. Dieser Durchführung... bin ich abgeneigt. Er schießt doch. Der kriegt neue Energie wahrscheinlich. Ja. Das Ding doch vielleicht... Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Besser. Was halt dir vor? Oh oh. Warte mal. Sie opfert sich wahrscheinlich. Nein, toll. Wie? Was? Wieder. Nein. Ich hab keine Uni mehr. Ich hab... Guck mal. Was geht's? Nimm da rum. Hä? Achso. Ich bin ja tot. Ich kann das ordentlich machen. Hä? Scheiße. 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 Die Ewigkeit des Langlaufjur. Kaputter Kompass. Was? Noch irgendwas, Gret. Ja. Gelehrter. Neue Eigenschaften. Was sind ihr? Eigenschaftspunkte. Oh. Hier. Ja. Na. Na. Kannst'n Welt nochmal sehen. Kompass 13. Was passiert jetzt eigentlich? Boom oder was? Sag mal Irene. Die spielt doch falsch, oder? Oh. Oh oh. Mach ich da mal das, oder? Ja. Alles auf Anhang zurück. Oh tschüss. Oh tschüss. Woops. Oh weh. Ich höre. Ich höre. Vater von Vater. Von Vater von Vater. Na nur du. Monsai. Ops. Was ist passiert? Wir sind weg. Wir sind weg. Boah. Spiel kaputt. Können wir uns jetzt umtauschen. Ich habe gesagt, Neustart, müssen wir noch mal von neu anfangen. Also ich hätte noch ein Löffel über. Oh, Ende. Ja, danke. Goodfire Games, bedanken Sie sich für diese Backspiele. Für dieses geile Ende. Also es ist schon gut gemacht, aber es ist wirklich Bombe. Schwer. Ja. So, ich warte jetzt, sehen Sie mal, wir haben drei. Ja. Neustart. Brauchen wir ja nicht runterlaufen lassen, ich guck mal, dass ich das irgendwie gespeichert kriege. Neue Aufzeichnung starten, letzte Spielhandlung speichern, ja, aber wie lang? Letzten 30 Minuten können wir hinkommen. Ja. 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 Ja.